Die hierzu erwerbende 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Kontwig. Die Immobilie wurde 1976 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, einen Keller und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 83 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 83.000 Euro. See Immobilien Management GmbH beantwortet gerne Ihre Fragen.